Sooo! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Dusk! Blumenadeln, die haben wir gebeten! Genau, es geht zum Blumenadeln! Die Blumen, da sollen Weiber zu rede sein! Wo bin ich hier gelandet? Wow, 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 wow! Es ist ein Ebelich! Es geht nicht weiter! Ich kann mich nicht bewegen! Ich konnte mich nicht bewegen! Ich konnte mich einfach nicht bewegen! Hör auf mit den Ausreden, hier! Klammerkrieg! Boah, Klammerkrieg, das ist ein bisschen nah, oder? Das war ja mal nett! Das war komisch! Ja! Hast du wenigstens gespeichert? Nein! Soll man den ganzen Supermarkt alles machen? Nein! Im Supermarkt gespeichert! Aber den ganzen Dialog kannst du überspringen! Ja, hab zu wild! Springen! Springen! Über Bielau mit Frühling! Und Billshaus! Alter Schwede! Versuch doch mal, ohne bei Billshaus zu sein! Oh, er stimmt! Gehen wir jetzt mal so rein? Dann kann ich gleich nochmal an euch schlafen, dann kommt der Schlüssel! Der aktiviert das schon! Aber wir können ja mal gucken! Egal! Vielleicht sollte er jetzt so oder so... Ja, weil er sich ja schon angeklickt hab! Oder weil wir das Item schon gesammelt haben! Kann man auch schon sagen! Kann sein, dass er es einfach immer macht! Ja! Wer weiß! Ich meine, ich bin mir sicher als kurze Story dazu! Oh! Wie? Was? Nicht so heftig, sonst ist das so laut! Dann nachher in der Aufnahme muss ich Glückgeräusche wieder rausköttern! Laut! Laut! Ähhhhh! Psssssssssss! Psssssss! Binnen auf die 1.12! Genau, den Dialog haben wir die letzte Folge vorgelesen! Falls ihr die letzte Folge gesehen habt! Bin nicht Pech! Genau, wir sind gerade einfach zu faul. Liest euch, versucht das einfach durchzulesen. Ja, kein Ding. Das Fläschchen. Ja, also Klaus hat sich umgebracht, weil er, naja... Die haben sich gewundert, dass er tot ist, weil er sich die Kugel in den Kopf gegeben hat. Ja, wie konnte das noch passieren? Hey, ich kann mich wieder bewegen. Wir haben den Puls gecheckt. Nee, ich spreche erst mal mit Dave. Nee, erst mal speichern. Nee, erst mal speichern. Nee, erst mal speichern. Das ist besser so. Es macht nur Ärger mit dir zu sprechen. GAUS! Wo ist das hier so? Richtig. Dieses Mal ist doch der Text anders. Ihr habt doch nicht mit dem Neuen geredet vorher. Der Neue ist doch noch gar nicht geredet. Achso, nee, er schläft. Sorry. Oh Gott, oh Gott, ich hab Angst. Ja, ausgeschlossen. Ja, wir haben jetzt nicht das Bild haben durchgelesen. Das ist voll böse. Egal. Hol mir noch nach. Es war euch echt egal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Angst. Halt mir auch die Augen. Voll hoch auflösen, das Bild. Ja. Bis man von Pokémon gar nicht gewinnt. Ein HD-Zombie. Naja. Das sah so aus wie die Viecher von Resident Evil aus dem HD-Remake. Die sahen auch ein bisschen geiler aus. Das ist ein tolles Spiel. Ich werde Martha sabbert auf ihn, der immer schläft. Du denkst doch eigentlich immer von meinem Charakter. Er ist nicht voll aus. Nur weil sie heil ist. Nee, Martha speichert das Gebiss. Sprech jetzt mal zuerst mit dem. Ob er dann auch sagt. Nein, nicht mit Walter. Zuerst mit dem, ob sich da der Dialog ändert. Hey mein Freund. Ich guck nicht. Du bist schon wieder wach. Nee. Konntest du nicht schlafen? Das ist genau das gleiche. Wahrscheinlich nur die andere Stelle. Das kommt ja noch. Was hast du denn in der Zwischenzeit? Ach, das ist der Trottel. Der Typ ist ziemlich... Naja, ich sag mal anstrengend. Wie auch immer. Ah. Ja, weil ich halt nicht das andere gesagt habe. Ja, jetzt alle nur nicht das gesagt. Das ihr ihn schon kennt. Lungenladen. Genau. Überlebende. Frau. Brau. Brau ist nicht dick geschrieben. Stimme. Bein. Würde. Zeit. Du. Punkt. Fragezeichen. Punkt. Lungenladen. Das ist meine Aufgabe. Ich liebe ihn auch auch mit euren Gedanken. Nein. Klopfen. Okay. Alles klar. Locker. Lungenladen. Das ist meine Aufgabe. Ist doch schon durch. Du hast ihn nur nochmal angesprochen. Das ist so wie wenn du mit Schwester Joy redest. Doch, sprech mal mit Walter. Vielleicht hat er das schon völlig wütend aus. Ja, Walter hat wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Er braucht seine Medizin. Ja. Ja. Er hat schlecht. Ja. Wahrscheinlich brauchst du jetzt nicht nochmal alles vorzulesen wie eine Kucke. Siehst du, brauchst du nichts. Und äh. Applaus. Das macht keinen Unterschied. Ja. Was soll das für einen Unterschied machen, wenn du das Geld drückst? Oh nein. Ich dachte, ich konnte es abbrechen. Oh, so oder nieder sind die erst Probleme. Ich bin so alt. Oh, scheißen Dreck. Oh, oh. Und ich hab keine Medikamente mehr. Ich brauch Medikamente mehr. Wir brauch ich Medikamente mehr. Ja, ja. Gib uns gerade den Auftrag, diesen neuen Text. Ja. Ja, ja. Alles cool. Ja, neuer Text. Nein. Natürlich nicht. Natürlich. Ich kann mit mir mein Internetproblem so lange überleben wie man möchte. Gar kein Problem. Das ist wirklich ein Arschloch. Was für eine Frage. Sarkasmus. Meine Güte. Sarkasmus wird sehr schlimmer. Scheiße. Was wenn man am Herzen ist, ist immer lebenswichtig. Okay. Du mein Junge. Ekelhafter Sack. Mh. Mit Nachtrock. Hör zu. Ich brauche die Medikamente wirklich trinkend. Jetzt reichen sie zwar noch, aber in wenige Tagen würde ich sie aufgebraucht haben. Das hat sie voll gereint. Könnt ihr mich auf den Leichenhaufen entsorgen. Verstehst du? Ja. Verstehe. Ich habe mein Rezept vor einem... Pokémon Center. Und Punkt. Dort sollen auch die benötigten... Medikamente sein. Ich habe vorhin schon mit... Schwester Joy. Schlüssel. Sie hat den... Schlüssel. Fürs Pokémon Center. Sie wird dir den Schlüssel geben. Ach ja. Und hey, Candy. Ich bin schwul. Danke. Ich bin weg. Tschüss. Schwester Joy. Schwester Joy immer. Vielleicht könnten wir irgendwie die Medikamente mit Smarties austauschen oder so. Genau. Oder du misch dir nie die Lava können. Ja. Hier das ist ein besonderer Pen. Versuch doch mal. Ich habe mir die Technik ausgegeben. Aber ich zeige mir dann kaum auf einmal wieder. Schon heute in der Zwischenzeit die Medikamente wenn es bekommen. Hier. Ich habe den... Center Schlüssel. Sie hat ihn gefunden. Und dies ist ein Center Schlüssel von Schwester Joy. Ja. Oh, da kommen wir in den oberen Schlüssel zu finden. Du weißt nicht, wenn wir die uns schon müssen. Ich will die Lava. Kann man ja auch Medikamente für die Lava gleich mitnehmen. Vielleicht finden wir die da ja. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Egal. Speichern. Ja, speichern. Und dann auf ihn. Rettungsgruppe. Speichern ist schön. Speichern. Das heißt sichern und nicht speichern. Was? Nein. Da steht sicher. Speichern. Sicher. Und entsichern. Sicherer Speichern. Und dann entsichernst du deine Lava. Und dann gibst es... Kallerschlick auf mich. Hör doch einfach einmal auf mich. Nein. Was sollte... Was? Einmal auf Tschü. Tschü. Überall. Überall. Ja. Den Käfig doch mal. Ah. Ey. Ne. Ne. Passt schon. Was ist da überhaupt? Leer. Oder? Das ist doch bestimmt wieder Leer. Was? Abgeschlossen. Wow. Da ist wieder der Gefährdige. Der Legendäre. Aber jetzt habe ich ihn. Oder er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Der Fetty. Okay. Er ist doch nicht der Legendär. Er ist der Legendäre Fettsack. Woher? Er ist der Legendäre Fettsack. Er ist der Fettsrat. Killabdessen. Das war dann ist vom Miest. So. Ja. Auf Städten hörst du. Und mich ignorierst du wieder. Ja. Ich bin halt einfach besser. Komisch. Guck mal wie erfolgreich er mit meinem Plan ist ey. Voll gut. Dein Plan ist scheiße. Bin ich da unten lang gegangen und bin ich sicher gleich getötet worden. Ja. Man ehrlich. Da warten die schon. Oh. Sieht aus wie von Team Rocket. Ja. Die Tuse immer. Ja. Die Rocket rüppeln. War das da denn Babel? Alter die hat mir schon mit Schlepp gegeben. Ja. Ja. Was stellt das da? Unten ist vielleicht noch was. Genau. Ein Pokemon Center. Ja. Guck mal die Leiche im See. Die war schon immer da. Na. Ich weiß. Wie geht doch. Pokemon Center. Pokemon Center. Blumenladen. Blumenladen. Weil das muss gemacht werden. Mach mal fest Blumenladen den ist besser. Das ist nur entregelt. Riesen wirft Center Schlüssel weg. Weil er mal die Schlüssel weg ist. Das hat er schon die ganze Zeit gegeben. Wow wow. Ah Leiche. Was ist denn der für ein Gehirn fressen? Keine Ahnung. Ich bin leider das System von Professor Eich. Guten Tag. Der gibt dir gleich deine Peeteile aber nur wenn du genügend Pokemon schon gefangen hast. Alles klar. Okay wenn du genügend Pokemon niedergenetzt hast. Guck mal ein Lagerungssystem. Kannst du dann... Ein Problem. Der PC ist aus. Und er wird auch vermutlich nicht gehen. Wenn das Lagersystem funktionieren würde. Könnte ich mal ein Weberack von meiner Box holen. Ach wahr. Das ist mit Weberack. Okay. Vielleicht können wir Strom einschalten und dann so. Weberack kannst du da halten. Nee ne. Warum kann er nur ein Pokemon bei sich haben? Er hat wahrscheinlich nur eines bei der so dachte. Mehr doch Weberack. Erstmal spreche ich die Pflanze. Er ist wie Ash. Nein. Sieht aus als müssen wir die Medikamente. Das ist aber ein ziemlich... Was geht mit die Labe ab? Das ist mein ganzes Bier. Das merke ich. Wie gehe ich öfter nochmal hoch auf, wenn wir es nicht mehr brauchen. Arztbericht vom 19. März. Die plötzlichen Unruhen in der Stadt fordern eine Menge Opfer. Auch wenn die Polizei sich über das Thema ausschweigt. Hier stimmt etwas nicht. Heute wurde ein Patient bei uns eingeliefert, der völlig zerbissen war. Wir konnten ihn nicht stabil halten. Er verstarb. Der Tod trat aber nicht wegen der genannten Bisse ein. Nein. Das Problem war dieses unerfindliche Fieber, welches der Patient hatte. Er glühte richtig. Letztendlich gab sein Körper den Kampf auf und es folgte der Exitus im Patientenbett. Wir erklärten ihn für tot. Kein Zweifel. Kurze Zeit später brachte ich den Toten runter in den Leichenkeller. Wo? 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 WTF? 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 Ich wollte nicht wissen, was dieses ungeheure Fieber ausgelöst hat. Ich machte einige Tests oder ich kam aber nicht voran. Nach einigen erfolglosen Stunden wollte ich schließlich den toten Patienten obduzieren. Irgendwas musste da doch sein. Also setzte ich wie gewohnt einen normalen y-Schnitt entlang der Thorax an. Inmitten des Schnittes sprang plötzlich der totgeglaubte Patient auf und attackierte mich. Er war total durchgeknallt und ließ nicht von mir ab. Ich wusste, er würde mich töten, wenn ich nichts unternehmen würde. Also nahm ich das Messer in die Hand und rammte es ihm durch seinen rechten Augapfel. Er verschab. Nochmal. Ich habe seinen Leichnam wieder auf den Obduktionstisch gelegt und ihn diesmal festgeschnallt. Aber bis jetzt hat sich nichts mehr gerührt. Meinen Kollegen habe ich davon nichts erzählt. Ich muss unbedingt wissen, was hier los ist. Tja, diese Bisswunde, die er mir zugefügt hat, brannte bis vor kurzem fürchterlich. Aber mittlerweile fühlt sich die betroffene Stelle eher taub an. Ich fühle mich nicht gut. Mein Kopf schmerzt. Und meine Körpertemperatur scheint leicht erhöht. Das ist alles, was ich zu diesen seltsamen Fällen niederzuschreiben habe. Dr. Theodor Moss. Nachtrag vom 20. März. Wie ich mitbekommen habe, wurde Dr. Theodor Moss von einem Infizierten gebissen. Als ich seine Wunde sah, gab ich Alarm, damit dieser sofort unter Quarantäne gestellt wird. Wir können es nicht riskieren, jemanden mit einer Infizierung bei uns zu haben. Jeder, der näheren Kontakt mit Infizierten hatte, muss weggesperrt oder getötet werden. Nur so kann man diese Epidemie stoppen. Schwester Joy. Schwester Joy sagt Halle. Was ist da drin in der Kammer? Scheiße, ich will mir das. Das ist die Zeitkapsel. Lässt sich nicht öffnen. Und ich habe mich immer gefragt, wofür diese riesige Maschine gut ist. Dann kommst du in die Vergangenheit. Yay. Suche die Zukunft. Es macht keinen Sinn, in den Versusraum zu gehen und das mit dem Tauschraum. Wieso? Versus gegen die Zunge. Es macht auch keinen Sinn, in den Tauschraum zu gehen. Scheiße, dann such mal die Pegale ab. Vollkommen leer. HALT! Moment! Trink erhalten! Aber geil, such alles ab! Nix! Die Verpackungen sind alle leer. Moment! Chaneera! Nee, da ist auch nichts. Der PC ist aus. Und er wird sich auch vermutlich nicht angehen. Joa, ich glaube unten ist wieder was. Hey, irgendwo hier oben. Das ist ein Ort. Warte, guck mal, ob da noch was kommt. Hä? Der liegt plötzlich da oben. Ja, der liegt, die Leiche liegen am Arm festgelegt. So. Hier drin sind viele Medikamente in flüssiger Form. Nix mehr nix. Moment! Schau mal das an. Hier drin sind viele Medikamente. Nix mehr nix. Pflasterpackung und Kopfschmerz-Tabletten. Pflaster. Nein. Flügel. Da ist es ja. Und guck mal zwischen den Schrecken. Jetzt nix wie weg. Da ist das ziemlich zufrieden. Nix wie übrig. Und du hast noch eines vergessen. Genau das. Nein. Okay. Nichts. Ha! Okay. Gut, dass wir das auch noch gemacht haben. Ja. Also. Blumenladen. Dass sie mich vielleicht erst mal speichern. Draußen kannst du nicht speichern, ne? Aber ich kann hier drin speichern. Na, alles voll hat zum Mist jetzt. Alles klar. Dann kurz abspeichern und danach in den Blumenladen und dann zurück. Alles klar. Gut, dass Colin mitdenkt. Aha. Und wir haben uns dann meinen Plan hier vorgeschlagen, hat es mit dem Abspeichern. Bist du falsch. Da ist der Blumenladen. Ich hoffe, dass es der Fahrradladen ist. Der Blumenladen ist neben der Arena. Was ist da? Da war der alte Sack. Ja, der Blumenladen ist hier. Das ist alles cool. Der ist hier so. Und hier ist der Blumen. Ich hoffe, dass die Militär schickt nicht einen Haufen von Elektroball, die dann alle Finale ansetzen. Was? Die ganze Stadt. Zombie-Elektroball? Ja. Das ist der Mattenbombe. Na klar. Wow. Klopft, klopft. Wer ist da? Äh. Ringelschreich? Sonst sollte schon weglaufen, du Idiot. Punkt, Punkt, Punkt. Hier, wer ist da? WTF? Hier ist Eason. Ich bin ein Pokémon Trainer. Und ich möchte Ihnen helfen. Sollte ja eine Prophe. Man hat mir gesagt, hier sei jemand drin, der man Hilfe gebrauchen könnte. Könnte, könnten Sie die Tür aufmachen? Ich weiß nicht. Ich möchte kein Risiko eingehen. Das verstehst du doch, oder? Hören Sie. Ich bin nicht gewissen worden oder sowas. Und ich möchte Ihnen auch nichts antun. Ich bin einfach nur ein Überlebender. Wie Sie. Ich komme aus dem Schutzbunker, der im Untergrund von Ducatia City liegt. Und ich sollte nach Ihnen schauen. Ach, soll. Wir helfen Ihnen den Überlebenden. Wir bieten Schutz und Nahrungsmittel. Dort ist es sicher. Ja, lassen Sie mich Ihnen helfen. Hier draußen ist es auf gar keinen Fall sicher. Glauben Sie mir. Wir haben dort unten eine Menge guter Leute, die sich um Sie kümmern werden. Und du sprichst auch wirklich die Wahrheit, junger Mann? Natürlich. Ich habe keinen Grund, Sie anzünden. Ich werde das, Bianca. Wenn Sie die Tür öffnen, können wir sofort verschwinden. Der Schutzraum ist nur einen Katzensprung entfernt. Ist gut. Ich schließe die Tür auf. Hm. Du kannst reinkommen. Jetzt reinkommen. Ich dachte, sie soll rauskommen. Nee, aber erst mal reinkommen. Weil da drin so auch das Haus an Fackeln. Ja, dann ist es müde an. Das hat die ganze Zeit mit dir gesprochen. Nee, ist ja auch. Fett mal. Danke, dass Sie mich reingelassen haben. Draußen ist es sehr gefährlich. Selbst dann, wenn man ein Pokémon dabei hat. Ich weiß, wie es draußen ist. Manchmal schaue ich aus dem Fenster auf und sehe diese verhinderten Menschen und Pokémon. Selbst Freunde und Bekannte, die regelmäßig in meinem Blumenladen einkaufen, haben sich verändert. Sie schlurfen jetzt nur noch über die Straßen mit einem unglaublichen Anblick. Ich erkenne sie alle gar nicht wieder. Das sind nicht mehr die Menschen, die sie aber kannten. Tut mir leid. Ich vergaß meine Höflichkeit. Mein Name ist Susan. Susan. Und ich bin die Besitzerin dieses Blumenladens. Wirklich. Und du bist Susan? Habe ich das richtig verstanden? Nein. Richtig. Was sagtest du über diesen Schutzbunker? Ist es dort wirklich sicher? Wer ist alles dort? Ich muss hier einfach weg. Ja, wir sind eine etwas größere Gruppe dort unten. Einige Leute dürfen die sich erkennen. Wir haben einmal unseren Anführer Dave, der sich um alles kümmert und regelmäßig untersucht. Was ist denn du gerade, der es in der Vorsicht geht? Oder Martha, die die Pension leitet. Sie pflegt die Leute, nachdem Schwester Joy sie behandelt hat. Jeder von uns hat eine bestimmte Aufgabe. Vielleicht können sie ja Gemüse oder sowas anbauen. Blumen. Blumen umtotzen. Jetzt zeigen sie. Wer ist das da hinten? Das ist mein Mann. Er glaubt, der ist ein Papagei. Das war mal dein Mann. Super. Was ist mit ihm passiert? Er ist von uns gegangen. Vor nicht allzu langer Zeit. Hat Dave sie also deswegen mein Hörn? Das tut mir sehr leid für sie. Susanne, was ist denn passiert? Er hatte eine Krankheit. Eine Krankheit in tödlich, aber heilweiß. Eigentlich hätte er ja ins Krankenhaus verlegt werden sollen, aber dann kam es zu diesem Ausbruch. Und keiner konnte sich mehr um ihn kümmern. Wir haben uns vor Tagen hier in dem Laden eingeschlossen. Wir hatten genug Lebensmittel, aber sein Zustand verschlechterte sich mehr und mehr und vor wenigen Stunden verstarb. Mein herzlichen Beileid. Deswegen muss ich hier so schnell wie möglich raus. Verständlich. Ich werde noch ein paar Sachen zusammenpacken. Dann können wir gehen. Hä, da ist doch nichts, was auf Pflanzen. Überraschung. Späcki lebt. Achso, das ist nicht sein Hinterkopf, sondern sein Gesicht. Frank? Du lebst? Susanne, Vorsicht! Oh, und ich dachte schon, ich hätte dich verloren, Schatz. Verbrennen Sie doch alles. Du sagtest, es ginge dir nicht gut. Und? Und? Wann hast du deine Augen geschlossen? Ich habe versucht, deinen Puls zu spüren, aber da war nichts. Und Gerd, das hast du auch nicht mehr. Ah, Susanne, nicht. Ah, wie kann es auch? Oh, boah, wie geht der? Nom, nom, nom. Toll, meine Sprecherwolle ist sofort draufgegangen. Oh, wie alter geht die? Du, Männer, Fett, sag, gell. Na. Ja. Sie wird auch ein Zombie. Verdammt! Ich konnte sie nicht beschützen. Das hätte nicht sein müssen. Sehr, sehr, sehr. Egal, Looten. Verdammte Scheiße. Erstmal klindern. Versuch erst mal zu klindern, was geht. Äh, äh. Ege Lava steht drauf. Tut mir so leid. Oh, yeah. Moment, ich wollte gerade sagen, ich mache keinen Ton. Was gibt es denn hier an das? Blumen. Gar nichts, glaube ich. Man, die muss ganz viel Blumen. Und Gemüse. Hat sie nicht gesagt, sie hat einen Vorrichter? Ja, ist echt so. Hat sie aufgegessen. Äh. Nein, ja, Mann. Das ist jetzt auch so fett. Ja. Der war eigentlich mal drin. Wow. Los, isst das, dann geht's dir besser. Aber er wusste, dass Fett jetzt so viel schneller ist. Ah, weil die dann Hunger haben. Okay, alles klar. Die Fetten sind die gefährlichsten. Alter, voll der Rabe, ey. Wund willst du bilden? Wohin soll ich überhaupt? Ja, wieder zurück. Wohin sonst, dann doch alles. Ja, gut. Weil er dann nochmal über Leichen latschen kann. Warum sonst? Weil es der Kandidat hat 100 Punkte. Ding, 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 ding. Uh, 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 uh. Nein, Lungs, seid ihr endlich alle tot? Oh, es ist immer noch heute da. Hm, komm. Pull the Picks, pull the Picks! Warte, yeah, das ist weiblich. Oh, Gott. Okay, so lange das gleiche. Ja, natürlich. Was ist passiert? Wollte sie nicht die Tür öffnen? Äh, doch. Ich war drin. Oh, yeah. Das war der Besitzerin des Lams, die du gehört hast. Aber plötzlich, 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 Plötzlich hat er so totgehe, Und dann hat Ehemann wieder auf. Und zerflöchzt sie. Was? Fuck! Verdammt. Wie? Sie hatte ihren infizierten Ehemann bei sich? Aber siehst du, Genau wegen sowas dürfen keine infizierten Leute bei uns bleiben. Ja, nee. Das ist einfach viel zu gefährlich. Für jeden. Ja. Aber, Sie wusste wohl nichts davon. Scheinbar hat sie wohl nicht gemerkt, dass jemand gebissen wurde. Anders könnte ich mir das nicht erkennen. Er wurde gar nicht gebissen. Verstehe. Ihr Tod ist natürlich trotzdem sehr bedauernswert. Sie hatte unsere Blumen umtopfen können. Die sind schon am Verlecken hier. Ich kannte die Lady. Das sah nicht persönlich, aber ich sah sie dennoch oft. Immer wenn sie morgens ihren Laden aufschloss, Oder sich umzog, Oder baden gegangen ist. Hm. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass sie es war, die sich dort eingeschossen hat. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr Mann ist also vor ihren Augen verstorben. Oh je. Das. Das sollte mir eigentlich nicht zu nahe gehen. Ethan. Ich brauch dich jetzt. Ich muss dich um was bitten. Oh nee. Diesmal ist es was Persönliches. Ich rede. Komm einfach nachher vorbei, wenn du mal Zeit hast. Gleich erst mal mit Walter. Äh, no. Oh yeah. Oh. Hast du sieeeen? Das wurde auch Zeit, du bingelst. Hm. Ich dachte schon, ich müsste fairer kennen. Gib sie mir. Diesen übergeben. Bordet ihr Herzabletten. Was ich sollte es einmal für eine Weile reichen. Und ich hätte es einmal nicht. Ich muss mich bei dir bedanken. Hey, was ist das? Zwischen den ganzen Tabletten ist eine fremde Tablette dabei gewesen. Das ist ja an Kali. Krass. LSD. Das ist also eine Art Tablette. Hier. Ich gebe sie deine Füßt, das du als den Pokémon bezeichnest. Oh, da gibt Brando die Fragezeichen-Tablette. Er stürmt. Brando verlernt Traxa. Ja? Scheiße. Und? Brando erlernt Schlitzer. Was? Immerhin. Was ist das? Äh. 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 So etwas wie eine. TM. Genau. Nur Platz bauen da. So was sollte man als Trainer noch eigentlich wissen, oder nicht? Das erste Mal, dass ich davon höre. Nun, nun, jetzt kann dein Fiech. Schlitzer. Jetzt sollte es gegenüber den Faulherrschen. Doppelten Schorn. Austeilen. Losholen. Wie auch immer. Das war alles, was ich dir geben konnte. La la la. Und jetzt mach dich mal vom Havarkar. Ich brauche ein wenig Ruhe. Und langbarer Pisser. Fuuu. So. Alles klar, nochmal ein Speichern, dann würde ich sagen, macht mir hier wieder Schluss. Die Folge. Schwester, schau euch vielleicht ein Quatsch. Vielleicht kriegt man da auch noch mehr wie Kali. Oh, doch nicht. Die Glaubeheile. Die Glaubeheile. Oh nein. Na gut. Okay, und speichern. Vielleicht kommt das noch oder so. Alles klar, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.